Das Historische Museum in Bern zeigt eine interessante Ausstellung. Bis November läuft die Ausstellung «Quinn, der unsterbliche Kaiser» und seine Terrakotta-Krieger. Quinn war der erste Kaiser Chinas. Er begann mit dem Bau der chinesischen Mauer und vereinheitlichte die Währung, Masse und Gewicht. Wenn Sie interessiert sind, mehr über die chinesische Geschichte und den Kaiser Quinn zu erfahren, können Sie am 12. Juni im Historischen Museum Bern an der Führung mit Gebärdensprachverdolmetschung und FM-Anlage teilnehmen. Anmeldefrist läuft bis am 31. Mai über IGGH. KASiche, KASiche, Körg